Mal sehen, welche Nachrichten die Devisenmärkte am Donnerstag, dem 18. Januar, bewegen können. Hier ist der Wirtschaftskalender. Zunächst wird das chinesische BIP für das vierte Quartal um 7 Uhr erscheinen. Die Daten für das dritte Quartal zeigten ein etwas langsameres Wachstum als um die 6,9 Prozent im Vorquartal. Chinesische Industrie-Produktionsdaten für Dezember sind zur gleichen Zeit dran. Die Produktion wuchs im November etwas langsamer, nachdem sie im Vormonat um 6,2 Prozent gestiegen war. Um 13.30 Uhr wird die wöchentliche Aktualisierung von US-Arbeitslosenansprüchen stattfinden. Die Erstanträge stiegen in der Woche zum 6. Januar um 11.000, während die laufenden Forderungen in der Woche zum 30. Dezember um 35.000 abnahmen. Gleichzeitig wird der Philifed Manufacturing Index für Januar erscheinen. Im Dezember erholte sich der Index nach einem Sturz auf ein Viermonats-Tief im November. US-Baugenehmigungsdaten für Dezember sind ebenfalls dran. Die Daten vom November waren überraschend positiv und die Einfamilienhausgenehmigungen stiegen auf ein Zehnjahres-Ruch. Und abschließend erscheint um 21.30 Uhr der Neuseeländische Industrie-Performance-Index für Dezember. Im November nahm der Index das Wachstum wieder auf und erreichte ein Viermonats-Ruch. Dies war der Wirtschaftskalender für Donnerstag von mir, Jack Everett. Am Freitag wird das aktuelle US-Verbrauchervertrauen berichtet. Bleiben Sie dran.